Der Polizeipräsident versucht Sie schon den ganzen Tag zu erreichen. Ich weiß. Ist er sauer? Ich glaube eher hysterisch. Er glaubt, dass Sie ihn absichtlich nicht zurückrufen. Was ihm auch das heißen mag. Er sagt, Sie seien undankbar, rücksichtslos und lieblos. Oh, lieblos hat er nicht gesagt. Doch, das hat er gesagt. Das ist ja ungeheuerlich wirklich. Er sagt, ich solle Sie am Montagmittag erinnern und dass Sie nicht mehr viel Zeit hätten. Ja, das sagt er alles. Wir haben nicht mal mehr 18 Stunden. Nur noch 17 Stunden und 50 Minuten. Wie viel Zeit haben wir da? 17 Stunden und 50 Minuten. Jans, soll ich schießen? Nein, vermeiden Sie überwissige Bemerkungen. Verflucht seist du, Grissmo Pompas. Was haben Sie gesagt? Grissmo Pompas. Ah, Grissmo Pompas. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich? Oh, ha, ha, ha. Ah, ha, ha! Ah, ha, ha! Melden Sie unerwarteter Tod, Antron. Eine Überdosis. Zu viel Zucker in den Träumen. Geht's Ihnen nicht gut? Doch, doch, mir geht's ganz gut.